Ja? Mama, hilf mir, ich bin erschlagen worden. Yasin, du weißt, man soll keine Arbeitskollegen durch einen Steinschlag umlegen, weil selbst wenn es wie ein Arbeitsunfall aussieht, das hat böse Konsequenzen. Du musst mehr arbeiten. Umso mehr Arbeitskollegen du umlegst. Ich kann mich sowieso schon vorgeben, Steinbruch. Okay, ich muss jetzt grüllen. Ah, jetzt gibt's einen Schiss, jetzt verpisst er sich, das war ja wieder klar. Ich muss jetzt, genau jetzt. Das gibt Strafarbeiten, Homie. Für alle, die die Folge gucken, Joe, ich bin raus. Hast du Sachen aus dem Blastförders und so weiter raus schon? Ich hab da noch nichts gemacht. Okay. Aus dem anderen Furnace? Auch, ist auch eigentlich nichts mehr drin. Okay. Glauben oder wissen. Däp, 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 däp. Okay, ist es auch raus. Das war ja eine Eile. Eile aus... Auslocken. Ja. Zipp und Wegfahrer. Gibt's einen Anschiss, wie du schon dachtest. Ich komm auf jeden Fall erstmal her, mach dieses Rampenhaus mal kurz fertig. Dass es mal erledigt ist. Welches Haus? Äh, das, was ich ausgehoben habe mit dem Kerl, wo die Rampen hochgehen. Ah ja. Ja. Weil da würde ich jetzt die Holzblöcke nochmal kurz raus hämmern und dann werde ich herkommen und ähm... Wo fängt denn das an? Und da schauen, dass ich vielleicht eins, zwei Steinchen unterbringe irgendwie, damit das optisch ein bisschen besser zusammenpasst. So. Halala. Ah, ne, guck, kommt das an mir immer so ewig vor. Ohne Witz. Bis ich... Das ist wohl wahr. Bis man da was gebaut hat? Achso, kann ich mit tragen. Ja, weil du ja alles mal wegschleppen musst, ne? Ja, ja, dann kannst du grad mal so 15 oder 20 maximal mittragen, ne? Und dann... Ja. Ja, das ist schon ein bisschen. Ich hoffe, mein Plan funktioniert. Was mir grad noch so fehlt, sind halt so echt so, so, so... Schrägen, die man, ähm, wie in Minecraft einfach umdrehen kann. Gerade die Stufen. Weißt du nicht? Gerade horizontal einfach mal drehen. Das war schön. Das geht aber nicht. Ja, leider. Die Blockart fehlt grad ganz schwer. Ja. So. Jetzt mal gucken, ob das so klappt, wie ich denk. Oh. Da war nix mit drin. So. Wie weit hat er denn jetzt? Eins, zwei, drei. Das heißt, wir müssen noch zwei. Bye-bye dann da unten. Jetzt lass mich noch vorbei, Auto. Mann, Mann. So. Jetzt kommen die ran. Zack, zack, zack. Wenn ich mal ganz viel, äh, Langeweile hab, dann komm ich her und, ähm, und mach noch die Erdwende weg und mach Dings draus. Äh. Äh. Verkleide ich noch. Aber, das ist Fug. Erde verarbeiten ist echt schwer, Cavey. Ja. Warte, okay. So, bitte. Zack her. Halt. Nicht rausrutschen. So, und wieder repariert. Also, im Server hängen wir gerade echt ein bisschen auf den Nerv. Haben wir hier unten auch Essen? Ja. Äh. Ja, in beiden Etagen gibt's was. Naja. So, so. Siehst zumindest ein bisschen angebaut aus. Bisschen stabilisiert, ne? Ah, da können wir noch eins machen für... Ah, da brauchen wir wieder Blöckchen. Blöckchen, Blöckchen, Blöckchen. Dann komm ich ein bisschen entspannt um die Kurve, warum ihr da noch jeweils einen Block hockt. Ah. Sie hängen gerade. Ruhige. So. So. Da müsste man theoretisch einfach mit klarkommen. Oh, da machen wir das. Ist das sinnig? Dich kurz verklatschen. Dich mal kurz da hinsetzen. Dich aufheben. Äh. Oh, das wär aber ne Idee. Ich sag bloß, du hast Ideen. Ja, ja, Hibbi. Achso, ne, das war, vergiss es. Ne, ne. Alles gut, alles gut. Ich sag grad nur, ich hätte was... Ne, alles okay. Brain und so, ne. Rap. Mit wem sprichst du jetzt? Äh... Mit uns. Mit uns? Ja. Wegen dem Hibbi? Oh, da hab ich kein Problem mit dir. Oder was meinest du jetzt? Ne, 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 ne. Ähm, ich hab gedacht, ich hätte da... Das wäre möglich, so ne... So ne Slap zu machen. Aber die... Das war jetzt einfach ein ganzer Block. Die Slap kann man ja nicht in der Höhe verändern. Von der Positionierung her. Ne. Das fehlt noch ein bisschen. Aber gut, jetzt kommt der Arne, alles noch. Ähm... Das ist ja noch eine Entwicklung. Ja. Und jetzt geht's mir schneller voran, wie Minecraft. Hö, hö, hö. Mit dem Weiterentwickeln, meinst du? Ja. Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich hab zwar Minecraft auch eigentlich vom ersten Tag an gespielt. Der ersten Tag ist übertrieben, aber... Sehr früh. Relativ früh, ja. Ja. Ja, aber jetzt, was da rationaler Quanten reinkommt, das dauert ewig, bis da mal was drin ist. Ich vermute einfach auch, das liegt ganz schwer, ähm... Einfach daran, dass es, äh, über Java ist. Ich weiß nicht, wie es programm... Wie, wie aufwendig das dann ist, rein zu programmieren, aber es dauert auf jeden Fall, wie es aussieht, ziemlich lange. Okay. Bis da mal der Inhalt kommt. So. Ich sag ja immer wieder, das hab ich auch damals schon in Skyrim gesagt. Wir brauchen definitiv Geländer. Weil ohne Geländer fliegt man runter. Das ist richtig. So. So. Hm. Da brauchen wir ein paar Blöckchen. Oh, ganz ein paar Blöckchen. Schneeflöckchen, Weißflöckchen... Okay, wie, ich, 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 es ist ein tolles Lied, aber ich glaub, da kommen wir ein bisschen später mit, wenn wir das jetzt anstimmen, oder? Ach so? Ja, ja. Ist das nicht jugendfrei? Ne, ne, aber ich glaub, die, die Zeit dafür ist schon... Ach so, meinst du das? Ja, ja. Ja, ich bin ein bisschen hinter meiner... Irgendmal wieder vier Monate hinter meiner Zeit. Ah, nicht schlimm. Ähm, manche hängen das ganze Leben hinterher, von daher... Haha. Ja, wirklich. Ähm, aber ich würde dann anfangen, mal den Platz so weit auszuheben für die, äh, für, für, für das Küchenhaus. Aha. Dass wir da mal die Küche irgendwann aufstellen können. Irgendwann. Die längst vergessenen Tagen. Ja, ja. Ich denk, die hast du schon stehen da oben. Äh, ja, aber ich kann sie nicht benutzen, weil ich hier zwei Materialien brauch. Ach so. Ja. Aber wir hatten auch welche gebaut. Genau. Schon wieder weg? Ne, ne, die sind alle noch da. Ach so, die willst du jetzt austauschen. Könnte ich ja theoretisch. Komm, blöder Stockpile. Kommt ja nicht immer da in die Quere. Äh, was wird das hier so? Ja, Stockpile ist gerade auch bei mir ein sehr problematisches Thema. Ach, ist das schon wieder voll? Nö. Schade. Also, ich habe nichts getrunken heute. Komm ich hier vorbei jetzt? Ja, ist ja schön. Ja, okay, wie? Nö, nix weiter. Okay. Außer, dass ich gerade hier hänge. Das ist schwierig hier. Ganz schön schwanzgierig. Ne, ganz schwierig. Was? Was? Ganz schwierig meine ich jetzt. Ach so. Halt da auch noch Platz gerade. Äh, b Sollen wir mal kurz gucken, wie viel Tier-Drei-Materialien braucht es? Zwei und dreißig, ja. Haben wir doch, glaube ich, noch, ne? Ja, 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 ja. Ich reiß nur den ganzen Fußboden hier raus. So, jetzt haben wir wieder zwei neue Schlacke-Stockpeils. Juhu! Mal schauen, wie lang die heben. So. Ich zum Glück schaut gerade nicht an Herrn Architekt, schrägst du die Statiker zu, weil... Ei, 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 ich glaube, das geht mega. Hä, ich kann das mal so bauen. Wie sieht das denn aus? Ah. Auf jeden Fall schick. So, jetzt können wir weitermachen. So, nach hinten können wir keinen mehr, warte mal. Wo ist der, da ist er. Doch einen können wir noch ansetzen. Und dann? Zehn. Ach, die waren da zwischen elf, ich glaube. Ja, gut. Oder wir kommen dann her und schieben das von Lage zu Lage einfach weiter durch. Ja, gut, das können wir auch machen, natürlich. Weil die Möglichkeit hätten wir ja. Na? Vier, so. So. Ach ne, nicht anfummeln. Ach ne, nicht anfummeln. Das muss da rein, das muss da raus. Onkel Klaus. Das war der falsche Block. Oh. Oh. So. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Oh, das passt ja sogar. Sehr schön. Warte, ich nehm's hierfür. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Priggies. Ach. Da kann ich den ganzen Boden austauschen, wie ich schon dabei bin. Das sind zwar mehr als 32, aber das ist ja nicht schlimm. Huah. Hat geklappt. Äh, sind noch vier. Ja. So. Dann haben wir kurz ein Blast... Ne, nicht Blastförner, sondern an den anderen Kessel ran. Hä, du? Brauchen wir jetzt noch Eisen, ne, ne? Nö, nö, nö. Gerade nicht. Hast du nicht so mit, dass ich wüsst? Ne, acht sind anliegen auch noch hier unten, also... ...bräuchte zwar nachher... ...achtzig... ...gal, aber das... ...lassen wir erst mal. Okay. So. So, wie gesagt, Schlacke ist erstmal genug Platz hier. Ah, ich... ...weißt du eigentlich, was man in... ...also jetzt hier in wirklichem Leben aus Schlacke machen kann? Da kannst du Steine draus machen. Schlacke Steine. Okay. Da kannst du... ...Dinger draus machen. Okay. Das hätte ich jetzt mal gar nicht erwartet. Doch, so einiges gibt mir Schlacke. Schlacke hat ja viele... ...was weiß ich, Nitrate oder sonst was. Ich bin kein Chemiker, ich kenn mich da nicht aus. Jaja, kein Thema, kein Thema, klar. Passt doch. Ja. Oh, mal keine Geräusche, ich bin fasziniert. Hm. Ich lagere es nicht gerade um. Ja gut, ich habe die beiden zwar auch noch angebunden, die beiden erreicht man nämlich noch. Aber, meinetwegen, klar. Okay. Ne, lagere doch unbedingt. Jaja, mach... Mach doch, was du willst. Mach ich doch sowieso, das weißt du doch. Was war denn das eigentlich für eine Pizza, die du vorhin gegessen hast, wenn man fragen darf? Äh... Wie heißt denn die? Da ist drauf... Wienerfleisch. Oh. Da ist drauf... Äh... Pilze, glaube ich. Creme fraiche. Okay. Pinard. Ah, hört sich gut an. Was war da noch drauf? Kunde mal. Ja. Oh, dann bestellt der Zettel raus. Nein, 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 nein. Hm. Hm, ne, da ist nichts. So, die heißt bei Pizzamug... Max... Chicken Supreme. Ah, okay. Aber ganz lecker. Ah, das ist das Wichtigste. Äh... Da hab ich noch eine für heute. Die muss ich mir aber nenn noch warm machen. Ach, du hast gleich zwei bestellt? Ja. Ja, gut, okay. Ist auch nicht doof. Nö, vor allen Dingen, weil ich meinen Kühlschrank mal wieder leer gefuttert hatte. Aha. Da kam letztens ne Maus raus mit der weißen Fahne in der Hand. Okay. War echt stinkig, dass sie nix mehr zu futtern hatte. Boah, Sauerei. Wie kannst du ja meine Maus nur fungern lassen? Mensch. Bobbel. Das hier hat doch auch Gefühle, mein Jung. Ja. So, ich will ein paar Steine verarbeiten. Ich muss ein bisschen mehr und noch was bauen. Und basteln. Mach mal noch more Touchstone. Ach ja, ich könnte da hinten das Ding jetzt noch verändern. Ei, der Server, der hängt heute grad wieder. Du meine Güte. Ach, er hat wieder keinen Pitch angebunden. Ja, das müssen die ganzen Dinger neu verbinden. Selben Update. Das ist grad. So, apropos Pitch. Ich will noch Bricks holen. Dann kann ich endlich das Hauschen fertig machen. Dann kann ich uns das Leckeres zum Essen kochen. Hier kein Pitch mehr hier unten. Ne. Welches unten? Ganz unten? Ganz unten? Ganz unten, ja. Ne, ich glaube nicht. Aber oben dürfst du es, glaub, so 400-500 finden. Ja, ich hol mir nochmal runter. Warte mal, falsches Haus. Ich wollte nämlich endlich mal die kleine... Ach so, ist ja schon leer. Sag mal, ich schmeiß es jetzt doch da rein. Dankeschön. Äh, ja. Gut. Was wolltest du denn? Ach so, Pitches wollte ich noch holen, ne? Ja, 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 ja. Und ich bin hier jetzt gerade... Du still needs 12 Pitches. Hallo, was ist los? Weiß ich nicht. Ne, da, 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 da. Macht ja grad ganz komische Sachen manchmal. Fasst der Karre an, obwohl er nicht anfassen soll. Und ach. Der ist heute wieder drauf, der Kollege. Neh mal 100 Stück mit runter, das reicht ja. Ja, denke ich. Ach, ich kann nur 33 Fragen. Na gut. Äh. Und dann machen wir noch... Dich weg. Wie machen wir das? Hm. Müssen wir das kurz raus tun, außerhalb vom Lager. Äh. So. Ai, 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 ai. Eine Rumbastlerei grad hier wieder. Okay, wie ich sag's dir. Ja. So, jetzt noch ein Brickstone, dann haben wir das und dann kann ich... Dann... Dann koche ich mal kurz was. Weil ich hab nicht gesehen, da kann man ganz tolle Sachen machen. Das ist voll toll. Wo? Womit? Äh, in der Küche. Tja. Oh. So. Ich hoffe, der hat genügend. Wir haben wieder Besuch. Ich dachte, du stehst hier unten. Hä? Echt? Ja. Ja. Ja, das ist wieder da. RZR Performance ist wieder da. Ja, der ist in... So, out of fuel, sagt er. Storage. Ähm. Okay, ich brauch erstmal... Brainstoff. Licht lass mal... Ah, kann man nicht ausmachen, weil der hell grad. Ist ja schön. La 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 la. Kohle. Äh. Hier. Äh. Eineinhalb Stockpiles haben wir hier oben voll mit Kohle, ne? Ja, hier unten ist auch noch... Sind auch noch zwei... Ne, eineinhalb auch voll. Ja, gut, das sollte ne Weile heben noch. Ein bisschen, denk ich mal. So, dann werden wir uns noch kurz mal verbinden hier. Wir benötigen, äh... Futterkiste. Das... Wieso brauchst du hier echt Reste... ...Reste... ...Rechte? Sag mal, das gibt's doch nicht. Jetzt kriegst du nichts mehr. Fiff! Wow. Also, irgendwas stimmt da nicht. Bei jedem klappt's nur bei dir nicht. Ja, ich hab überredet. Okay, heißt? Ich muss nur runter, um mir das Essen abzuholen. Und Nudelsalat hab ich hier schon. Oh, okay. Rip. Selbstgemachter Nudelsalat? Ja. Jusuf was banned from this channel. Soll ich jetzt sagen? Meine Mutter ist eine der besten, die das kann, ey. Ja, vor allem wenn man die Mayo selber macht. Hm, macht sie sogar auch. Ja, Mayo selber macht wahrscheinlich relativ einfach. Ne, ne, wirklich. Das ist einer der besten Nudelsalate, die ich je gegessen hab. Ja, ich mein, Mutters, Mutters Küche ist ja immer die beste. Hm. Sag nicht nur ich. Hm. Meine Kumpels sorgens auch. Stuffed Jerky. Ich brauche euch noch eine Bakery. Also, wenn die Bäckerei brauchen wir dann definitiv ein neues Gebäude. Ja. Ach so, ich wollte doch mal gucken, ob Waterboarding jetzt fertig ist. Warte, warte. Was ist denn das? Azeralienkeim. Okay, dann muss ich so eine Bäckerei mit rein. Das ist Zucker. Brauchen wir 20 Dings dafür. Mill Processing. Habe ich jetzt nicht geskillt? Weiß ich nicht. Mill Processing. Ich musste noch Lambe machen. Und Lambe kann ich nur machen, wenn ich Strom hab. Ja. Wir können aber auch ein Windrad nutzen, oder? Ja, das musst du aber auch mal. Es dauert genauso lange wie ein Wasserrad. Ja, aber dann hätten wir ja theoretisch, dann hätte es ja schon mal Strom. Wie viel Strom brauchen wir, das Gerätchen? Äh, das Rad reicht auf jeden Fall. Geil. Aber wieso? Warum willst du denn nochmal Dinge ins machen? Gibt's ne Küche? Ist ja geil. Ich hab jetzt zwei Waterreels. Ja? Ja, dann mach ich Strom. Okay. Achso, die Waterreels funktionieren auch in der Luft, ne? Das war ja das. Ja. 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 Okay, äh. Du hast ja nichts. Nee. Nee. Boah, oder doch? Weiß ich nicht. Achso, Moment. Da ist er. LOL. Hihihihi. Wie ist das denn? So, jetzt hab ich Strom drin. Und jetzt brauchst du für die Sägemühle. Ja. Für die Sägemühle. Jetzt müsste sie laufen, ne? Wie ist das? Ja, 100 Watt brauchst du, genau. Es ist so, als ob du einen Reifen als du ausgebaut hast. So, wie viel Lamba brauchen wir? Für? Für? Für irgendein Skillbuch wolltest du doch vorher einen Lamba haben. Äh. Wann. Jasin. Wie viel wolltest du? Wie viel Lamba wolltest du haben? 20. 20. Ja, gut, okay. Da ich das ausgeskillt hab, brauch ich dafür relativ wenig Holz. So, was hat er denn nun? Warum? Achso. Oh, was braucht man da für? Status. Floor. Da muss ich ihn gern bauen. Warum kann ich nichts ordern? Weil nichts connected ist? Weil er Woodpipe haben will. Storage. Nee, er sagt mir auch nicht missing oder so. Okay, scheiße. Das ist krass. Ähm. Hä? Scheiße ist krass? Okay. Ich hab die halbe Füße von Nullsalat jetzt gegessen. Und wir grillen ja noch. Das andere kommt ja erst und ich bin schon fast satt. Rap. Ähm. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in mich rein knallen werde. Ich werd kotzen heute. Ist aber schlecht. Holz hab ich. Wo ist denn Woodpipe? Haben wir da keins mehr hier oben? Was wollte ich anbauen, 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 anbauen? Wolltest anbauen, anbauen. Ja, ja, ja. Ihm muss mein Scheiß loswerden langsam. Ist grad schlimm. Warum haben wir keinen Pulp mehr? Haben wir den ganzen Pulp verarbeitet? Ja, das war ich. Ja, ich brauch aber 60 Stück. Äh. Dann guck mal in die Mine. Vielleicht hat's noch was. Guck mal bei mir zuhause. Nee, Quatsch. Woodpipe kommt ja eigentlich mal raus. Aber ich kann nicht ordern. Äh. Hä? Brauchst du jetzt Woodpipe oder nicht? Nein. Entschuldigung. Woodpipe ist Ergebnis. Also mein Produkt. Okay. Warte mal. Muss das vielleicht mit dem, äh, Windrad verbinden oder so? Komisch. Ich hab Holz, die Lager hab ich angebunden. Also Holz müsste er eigentlich genug haben. Ja, eigentlich müsste es funktionieren. Ja, aber er will nicht. 20 Lamba. Oder hat er jetzt... Ah, Moment, Moment, Moment. Moment, aber trotzdem. Nee, das kann eigentlich nicht der Grund sein. Äh. Kannst du sein, dass das Wasser hat zu wenig Strom produziert? Nee, nee, nee. Das reicht dafür. Okay. Hab ich schon gemacht. Okay. So, da hab ich... Stein Storage hab ich auch angeschlossen. Nee, er sagt ja auch oben. Äh, Status. Alles okay. Ja. Ach so. Nee, 70 Quadratmeter. Äh, Kubikmeter. Von 135 use. Storm uses 25. 18 tier 1. Room requirements. Alles klar. Power Grid. Demand. Supply. 200 Watt kriegt er und er braucht 100. Max Output, Current Output 200, ja. Power Grid Operator, ja. Läuft. Demand. Demand 0. Ja. Aber, ich kann nichts ordern. Warte, ich baue es mal kurz ab. Baue es mal wieder auf. Nö. Hat auch nichts geändert. Wenn man ganz... Nochmal 5 Minuten... Nee, 3-4 Minuten weg bist. Ja, ja. 100 Watt mit dem Operating. Als 100 Verbraucher, wenn er arbeitet. Ja. Okay. Vielleicht überfragt. Sonst sagt er mir doch, dass er... dass er irgendwas braucht, ne? Ja. Irgendwas fehlt. Warum sagt er das jetzt nicht? Grafting. Lumber. Nö. Nix. Nix da. Ach. Nee. Requires Lumber 1. Lumber 1 hab ich. Also das ist auch blau angezeigt. Lumber habe ich... Lumber wird mir auch blau angezeigt, aber ich habe das nicht. Das ist aber eigentlich Lumber Woodworking. Lumber. Lumber. Locking. Wood construction. Lumber. Not learned. Steht er bei mir. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann erklär das einiges. Lumber geskillt. Ja. Das ist das mal auch drauf gekommen. Okay. Okay. Ich muss noch skillen. Lumber skill rock. Skill roll. Haben wir die irgendwo ja, ne? Fertilizer, Glassworking, Smelting, Milling, Brick Lying. Lumber. Ja, das zweite Buch von rechts. Es ist in der Kiste. Moment. Das zweite von rechts. Von der in der Bücherkse, ja. Ja. So. Doust. Doust. probiere ich einen See merveh?